Ja. Was ist das so lange? Jetzt kann ich den Teiler machen, noch 30 Minuten. Warte, wie geht das? Muss ich auf Uhr? Eh nicht. Dann auf Stoppuhr. Ich mach einfach mal die Stoppuhr. Also falls wir nicht gewinnen sollten, dann kann eigentlich Nordop einfach ein Kani-Mani-Aquaknacken und dann sind sie eh weg. Genau. Nordop, unser Mann, der macht das schon, nicht wahr, Nordop? Ja, ich bin auch der einzige Mann hier in der Gruppe. Okay, 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 okay. Lass kommen wir nachher. Natürlich. Oh, ist so. Ja, war ich. Ja, voll und so. Wir haben nur einen Diamond-Block. Ja, deshalb sollten wir Diamanten-Farm. Ja, das Problem ist aber, ich bin die ganze Zeit am Besuch, aber ich finde keine Diamanten. Aber dann gut, ich verschwende jetzt echt keinen Cobblestone mehr hier. Ja, wir können das Skill ausgleichen. Also Leute, den nächsten Cobblestone, den würde ich sagen, verwenden wir echt zum Hochbauen, ne? Gut, ich habe zwei Stacks, ich bring dir die gerade, ne? Nee, tu es einfach, die Kiste, ich benutze auch keine hier mehr zum Bauen. Lass die Türen einfach offen. Tut mir leid. Oh, das liebe ich immer in Minecraft. Ähm, bist du jetzt noch zufällig gerade halbwegs unten da stehen? Lass die Türen offen? Ja, das war ja mein Plan, dass du unten bleibst einfach den Gravel-Turm abreißen, weil dann kann ich ganz, ganz schnell runterfliegen. Also wir brauchen wirklich noch mehr. Egal. Egal. Ich hole aber mal Wasser, weil Wassereimer wären schon recht praktisch auch zur Absicherung. Ich habe schon drei Stück. Drei Eimer. Auch Lavereimer. Die Lavereimer wären noch zu viel. Also, für die Leute, die in die Mine wollen, neben dem normalen Eingang ist jetzt ein kleiner Sprungfall-Turm und da ist dann Wasser unten. Da könnt ihr reinspringen, dann seid ihr ganz schnell unten. Okay. Ja, ich habe eh noch meine eigenen, da grabe ich mich jetzt gerade auch nochmal ein bisschen weiter, damit ich irgendwie vielleicht noch Kohle oder Diamanten finde oder Eisen und so. Und noch eine kleine Idee. Ich würde mal sagen, ich gehe, wenn es Tag ist, ein bisschen Tiere abzuhaben. Mehr? Ja. Es baut uns einfach Getreide an, dann wächst das einmal, bis die Zeit um ist und das reicht. Ich glaube nicht, dass wir so schnell viel Getreide brot haben. Nee, glaube ich auch nicht. Wenn du den Wasser anbaust, schaffen wir das in einer halben Stunde locker. Nein. Doch. Nein. Getreide braucht keine halbe Stunde zum Wachsen. Aber weißt du, wie viele Siets wir brauchen? Ja, okay, stimmt. Das ist sogar ein logisches Argument, ja. Ja, eigentlich verdammt, das war logisch. Hättest du jetzt nicht erwartet, ne? Nee, ich von dir. Aber von mir, ne? Ja. Nein, natürlich nicht. Mann, oh. Hä? Kohle gefunden. Was machst du? Keine Kohle. So, jetzt sollte es doch gehen. Ah, oh. Da hast du den Wasserhämer. Kopf, ihr was? Dankeschön. Ich habe einen Wassereimer. Und weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich bin wieder einer. Ich brauche nämlich jetzt nicht. Ja. Ich bin wieder Level 4 und wieder mit das Damage-Shirt entstanden. Scheiße, ich gehe mal ein bisschen gucken, herauszufinden, was die da machen. Oder ich komme zum Beispiel in die Mine. Ich weiß noch nicht. Komm in die Mine. Ich bin hier. Ich gehe eine Sekunde raus. Ich gehe eine Sekunde raus und dann bemerke ich, verdammt, ich habe kein Essen mehr. Ich gehe Tiere farmen. Okay. Das wäre gut. Aber ich gehe erst mal ein bisschen gucken, was die da überhaupt machen, weil das sieht echt komisch aus. Das drückt mich wieder richtig auf, dass die sowas bauen, ne? Und egal. Okay, am Anfang hat es die aufgeklickt, dass wir sowas gebaut haben beim ersten Mal und dann, naja, egal. Naft, je teilt. Scheiße, ich bin gar nicht tot. Ich finde hier einfach keine Ressourcen, aber ganz ehrlich, in der ganzen Mini ist nichts. Doch, ich habe schon viel Eisenkohle gefunden. Ich habe auch schon Eisen zugefunden. In dem Ofen habe ich nochmal 14 Eisen dazu getan, was du da hattest. Ja, ich habe auch schon irgendwie 40, glaube ich. Okay. Eine Höhle wäre echt nur praktisch, wenn wir hier unten eine finden würden. Also Nordop, da war doch eine kleine Stelle. Hast du die schon gefunden mit dem Gold? Äh, ne, ich habe auch meine Eisenspitzel kaputt. Und ich baue hier unten jetzt mal eben eine Craftingbox hin. Okay. Bring mal Eisen mit, falls, also der nächste hier runterkommt, sollte man ganz wenig Eis. Okay, so wie es aussieht, haben sie da unten eine kleinere Plattform. Und dann springen wir einfach hoch und metzeln die alle ab. Fertig. Ne, ne, so einfach wird das leider nicht. Doch, wird das. Warte, ich baue mir hier gerade mal so einen Weg nach oben. Dann kann ich die relativ gut bespitzeln. Bespitzeln? Privatsphäre, Domse, Privatsphäre. Soll ich jetzt Holz benutzen zum Hochbauen? Ja, eigentlich, ja. Mach einfach. Oh, ich sehe dich. Ja, also das, die haben genau, ja, die haben auf einem Baum, zuerst einmal müssen wir auf den Baum hoch und dann vom Baum aus ist da eine kleinere Plattform, dann geht es mit den Treppen bis ganz nach oben. Oh nein, bitte nicht. Ihr baut euch einfach, keine Ahnung, 30 Blöcke davor entfernt hoch, macht unten Wasser hin, falls ihr runtergeschossen werdet. Und wenn ihr über ihnen seid, baut ihr euch zu ihnen hin, setzt Lava hin. Weißt du, wie viele Sachen wir dafür brauchen? Ein, du wählt jetzt maximal 256 Blöcke hoch. Wenn sie wirklich so hoch bauen, dann brauchst du insgesamt vier Stacks. Die bauen so hoch, schau dir mal an, die haben da eine Plattform, was jetzt bauen, die sich noch weiter höher. Ja, da hast du eine ganze Zeit verstanden dafür und können keine Sachen mehr haben. Und mir ist kalt. Mach heiße mal. Oder kommt dir Dordops Plüschtiere. Brauchst du Eisen? Ey Leute, wir haben so eine Idee, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Plüschtieren von Dordops Plüschtfiguren halten würdet. Genau. Also so Plüschtfiguren mit Dordops Minecraft Skin. Ja, und diese Plüschtfigur, die die Fackel in den Sinn. Genau. Irgendwann mach ich das, damit das wird ein durchschlagender Erfolg. Und dann verdienst du aber richtig viel Geld. Ja, aber dann musst du uns fast davon abgeben. Nur eine kleine Tür für die kleinen Kinder. Genau. Genau, ey, aber so richtig. Kann mir jetzt schon das Commercial dazu vorstellen. Ey, ich hab eine durchschlagende Geschäftsidee. Wir machen Plüschtfiguren von den ganzen großen YouTubern, so von Gronkh und von Sarah und so ihren Minecraft Skins, verkaufen die mit ganz viel Geld und dann bringt uns das gar nicht. Und dann bringt euch das gar nichts. Aber das mit Nodop ist wirklich eine gute Idee und dann halt noch die Fackel, ne? Ja. Ähm, wie wär's, wenn ich schon hier anfange, da hochzubauen, dann bauen wir uns einfach rüber. Sogar mit echtem Feuer. Ja, ne? Und dann für kleine Kinder, ne? Genau, für kleine Kinder mit echtem Feuer. Ja, Mann, echte Kinder, ne? Sogar mit echten Kindern. Und in der Verpackung sind ganz viel Plastik-Kleinteile, die auch noch spitz sind. Also Leute, ich frag euch nochmal, wie wär's denn, wenn ich jetzt hier schon anfange, die auf die Höhe zu bauen? Also wirklich ganz hoch? Baut euch einfach nicht so hoch, weil wenn wir ganz hoch bauen, können wir sie auch nicht mehr unten so einfach abschießen. Aber es kann auch passieren, dass ich mich jetzt ausfüllen in die Dingensgrabe, in die, in die Dingensda, in die, wie heißt's hier? Na, von unten durch geradezu ihre Welt. Ne, da ist das Glas, das ist ganz unten, soweit ich weiß. Achso, okay, dann weiß ich ja. Aber wisst ihr, was ich meine? Guck mal, ich baue da einfach diese Treppe bis ganz nach oben, dann können wir zu denen rüber bauen. Oh mein Gott. Und einer kann unten sein und einer kann unten so ein Wassergraben bauen oder sowas. Oder einfach, wir lassen einfach immer Wasser runter. Ich stelle mir das relativ einfach vor, wenn wir jetzt schon anfangen, uns da hochzubauen, weil dann können wir... Wie lange haben wir noch, Domsa? Ähm, vorher waren es noch 30 Minuten, jetzt sind es 6 Minuten um, also haben wir noch etwa 24 Minuten. Brauche ich nochmal gleich eine 5-Minuten-Therine. Na, Spaß. Also ich kann es mir gut vorstellen, wie du meinst, weil ich sehe es ja, ich bin ja gerade bei dir. Ja. Aber, hm, ist so eine Sache. Weil, würden nicht irgendwie alle rollen oder so? Die tüten sich gerade alle gegenseitig. Nordop? Nordop, wie viel Eisen? Wie viel Eisen brauchst du, Nordop? Ich habe genug Eisen hier jetzt auch gefunden mittlerweile, also... Ja, okay, aber soll ich trotzdem nochmal runterkommen? Mit einer Eisenspitzhacke oder gar nicht? Nee, das kann ich doch alleine machen. Aber... Nee, okay, also ich mache es jetzt wirklich so. Zwei Graben ist, glaube ich, besser. Ja, mach so, mach so. Das haben wir auch schon im Livestream so gemacht und ich mache es jetzt so, dass ich diese Verbindung hier gleich wegmache und dass man dann... Wow. Genau, wir machen... Ich mache es das so, genau, ey. Ich bin so intelligent, nicht. Ja, nicht. Wir machen das so, weil das Problem ist, dann könnten sie uns von hinten töten, wenn wir da hochgehen, die dann einfach von hinten unbemerkt hochgehen, ja? So wie zur Theorie, Nordop. Deshalb baue ich einfach das und das andere baue ich wieder ab, den dort. Den kannst du schon abbauen, Afti. Warum hast du dann auch noch extra so Nordop gesagt? Hm? Warum hast du so am Ende noch so Nordop gesagt? Wann habe ich Nordop gesagt? Nachdem er gesagt hat, nur Nordop, nur Kürbis. Oh, ich habe das Glas kaputt gemacht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Boah, ich sehe jetzt recht hübsch aus mit so einem Kürbis auf dem Kopf. Nordop und hübsch aussehen. Das hätten wir schon so gemacht. Warum so gute Videos? Das wäre die Halloween-Edition von deinem Kuscheltier. Die kostet 1,99 mehr, hat aber dafür auch Sprach-Effekte. Wenn man draufdrückt, dann macht es so Nordop-Sprüche. So, ich bin Nordop. Nee, du schuldest mir Geld. Scheiße, Leute, ich habe aber gerade keine Ahnung, wo meine Sachen sind. Das gefällt mir, da kommt Geld drin, da vor. Scheiße, wo liegen jetzt meine Sachen? Ich gehe irgendwo auf dem Baum. Ich mache ein eigenes Team, dann gewinne ich. Ey, Dom, so irgendjemand hat mir die Ruhe recht weggenommen. Wer? Keine Ahnung, ich gucke gleich mal in den Verlauf. Ich schaue sofort noch. Ich muss aber gleich die Sachen... Ja, was, das war... Ja, keine Ahnung, das war auf jeden Fall jetzt länger her. Auf jeden Fall hat mich gerade eben einer angeschrieben. Müssen wir später gucken. Wer hat dich denn angeschrieben? Fängt dann mit M an? Hat man das Eisen gefunden? Nee, nee. Irgendjemand mit M an? Weil er hat das Gold abgebaut? Nee, habe ich nicht gefunden. Ich bin es auch nicht mehr, ich weiß nicht, wo das ist. Also du hast dir nur gesagt, hier ist irgendwo welche. Ich bin hier unten gefunden. Nimm... Warte, hier hast du... Warte mal, nimm dir mal die drei Eisen hier und zwei Sticks. Dann mach dir auch mal eine Spitzhacke und... Hab eine. Ich habe schon eine. Keine Sorge. Ja, dann behalte das Zeug einfach und bring es nachher mit hoch. Ah. Aber ich heb mir die Eisenspitzhacke lieber auf für... Ja, wenn Gold oder sowas da ist. Ja, klar. Die Sweatstone zum Beispiel gerade. Scheiße. Nein, ich will nicht sterben. Doch, doch, stirb, stirb, stirb. No, no, halt den Mund. Ich hatte gerade drei Levels und sowas und so. Ich hab schon zehn Levels. Für Level fünf. Eben, ich mach... Elf! Ich mach mir gleich wirklich eine Eisenrüstung, okay? Weil... Nein, du machst jetzt noch keine ganze Eisenrüstung. Ich mach mir gerne... Level sechs. Aber ich darf doch schon damit Schwerd machen, was ein Schaden ist, oder? Ja, dir hat ein Schwerd, dann könnte ich schon mal ein Schaden. Auf eins einfach nur mit Schapen ist ein. Gut. Wacht Schapen ist. Oh, der Zombie ist jetzt nicht ernsthaft durch die Tür, oder? Also Schapen ist meistens ein Text, die ganze erste Zeile und in der zweiten Zeile... Alter, der ist aber jetzt auf Hardcore eingestellt. Kein Wunder, dass ich hier so schnell Schaden bekomme. Und die zweite Zeile ist nicht ganz kurz, aber nicht so weit. Dann hast du auf jeden Fall Schaden. Das ist immer so dabei. Ich weiß nicht, ob das Festklick ist auf den Text, aber dabei hatte ich bis jetzt immer Schaden. Also Leute, ich esse jetzt noch mal ein Hähnchen. Du bist doch Level null, dann brauchst du jetzt nichts Essen. Ich hab Level eins. Ich hab Level sieben. Boah, dann schadet eben einen von den Diamantschwerten auf eins und bring dich um. Wir haben nicht endlich... Level null, oh Mann. Level elf. Was? Also soll ich jetzt den Diamondblock verarbeiten? Ja, vier Schwerter machen. Level elf. Wenn man Cooler abbaut, bekommt man ja auch Level. Also daraus jetzt Schwerter machen, okay. Wir brauchen vier Schwerter. Am besten ist auch immer, wenn du Gravel und Erdend abbaust, Nafti, weil da ja... Also das kannst du ja schneller abbauen als Stein, da können ja auch Sachen hinter sein. Okay. Weißt aber wahrscheinlich, ne? Jep. Und ich hab Eisen gefunden. Ich hab jetzt vier Diamantschletter gemacht. Ja, dann schaue ich eben auf eins. Also, sonst, ähm... Was machst du das über? Standardtext... Ja, ich kann ein Level nicht haben. Also, ich glaub, ich hab ne Hülle. Achso, ne. Ich hab keine Standardtexte drin. Dann mach ich immer Standardtexte drin. Ähm, also da ist es auf die... Bei den Survival Games ist es auf jeden Fall so. Da kann ich mir das immer recht gut merken. Das ist die erste Zeile voll und in der zweiten Zeile so ein bisschen. Das funktioniert zumindest immer. Und, also, du meinst, zum Beispiel ganz oben, der zweite ist ganz voll und da so nur, äh, so, das zweite ist halt nur ganz, ganz klein. Nicht ganz ganz klein, mittel-klein. Also nicht, also... Ein bisschen unter der Mitte. Ja, ja. Nein, vor der Mitte. Also, so ein Drittel vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob das festgelegt ist, aber es kommt zumindest dabei immer scharpenes raus. Okay, ich mach jetzt halt öfters mal versuchen. Also, ich hab grad ganz schnell geskillt und bin jetzt schon Level 2. Boah, ich bin Level 12 gleich. Oh man. Dann kannst du ja nur noch besser werden. Ja, von Level 1 bis 15 brauchst du ja gleich viel Erfahrung, also jedes Level. So, ich hatte jetzt gerade eben so ein Text, aber nein. Geh einfach weiter. Wie geht einfach weiter? Ja, ich, ich muss ja die ganze Zeit den Text ändern und so, weißt du? Und ich geh aber jetzt die ganze Zeit weiter... äh... Alter, die bauen sich wirklich bis... zieh dir das mal rein und pickst echt dick. Ja, wir haben genug Tabestown. Oh Gott. Ja, dann baue ich mich jetzt höher als die. Thomas wird immer das Größte. Nein, ist... Du musst es nicht ganz... Du hast doch selbst gesagt, wir müssen uns höher als die bauen, damit wir... Ja, das können wir dann immer noch machen. Äh, was ist der Chartmus? Das ist der Chartmus auf Deutsch. Schaubern. Ja, ich hab jetzt... ich hab jetzt Schärfe. Ja, das ist Scharpness. Oh, wirklich gut. Oh, die fallen die ganze Zeit runter. Das gefällt mir. Ich hab's in die Tour gesagt. Ich muss in der ersten Tour. Ich glaub, die können nicht mehr... die bauen jetzt wieder eine Plattform. Oder die bauen eine Zwischenplattform. Ne, die bauen eine Kurve. Ich bin ein Minute weg. Zieh mir jetzt irgendwie mal die Pullover an, mir ist voll kalt. Okay. Oh, ich hab den Gang zu dir freigemacht. Okay, die haben unten Wasser. Oh Gott, die sind schon auf so... Alter. Übertreiben's aber. Also eigentlich geht's jetzt darum, wer am höchsten hinausgeht. Genau, damit wir sie später besser rüberbauen können. Oh, das packen wir doch. Nein, nehmen Sie sich der Gliederfüße. Ähm... Ja. Geil. Können wir nix machen. Ich entchante weiter. Wie viele Lavaeimer haben wir? Ist irgendwo Lava, die wir haben können? Die wir auch... Ja, bei mir. Bei mir, wenn man unten in die Mini geht, aber ich weiß... Mach mal bitte vier Lavaeimer, also dass jeder von uns einen hat. Okay, okay. Warte. Oder mach lieber sechs, dann hat... Mach fünf. Nein, mach vier. Ähm... Oh. Scheid. Doch, ma... Hast... Hat schon jeder einen Wasser-Eimer, weil ich glaube, es ist ziemlich gut, wenn jeder ein Wasser- und einen Lavaeimer hat. Äh, ich hab noch gar keinen Eimer bekommen. Okay, die bauen sich da oben die Final-Plattform. Also ich hab meinen Eimer in der Kiste getan. Ja, den hab ich jetzt. Da hab ich noch einmal Rückstoß und das andere... Nee, ich hab zwei Eimer. Scheiße. Ich werde einen anderen einschalten, oder? Hallo, Nodo. Hallo, hast du Holz dabei? Ja. Ich mach ganz kurz noch Musik an, mir ist grad langweilig. Ah, zu laut! Du nimmst nicht auf? Doch, aber ich hab kurz beendet, so. Bin wieder da. Ja. Äh, hier. Acht Holz kannst du haben. Oder brauchst du Sticks nur? Äh, eigentlich nur Sticks. Ja, hier. Ich hab zu viele gemacht. Und nochmal Schärfe. Eigentlich brauch ich ne Workbench. Also ich hab zwei Schleiter mit Schärfe. Workbench, äh, steht beim Runterfall-Turm. Okay, danke. Warte, dann geb ich das jetzt grad wieder. Nimm einfach alles mit. Shit, ich hab keinen Cobblestone mehr. Ja, ich denk einfach mal in der Truhe hier, die hier ist. Ja, ist doch auf jeden Fall genug, ja. Äh, nur glaub ich hab zwei, äh, Schwerter nur mit Schärfe hinbekommen. Die anderen sind scheiße. Was ist mit Rückschluss? Das eine ist mit Rückschluss. Das eine ist mit Rückschluss. Das eine ist mit Rückschluss. Das ist gar nicht so schlecht, wenn wir so oben sind. Nein, was hab ich getan? Und das andere ist, äh... Nein, was hab ich getan? Scheiße. Nemesis der Gliederfüße ist ziemlich schlecht. Leute, ihr wollt nicht wissen, was ich grad getan habe. Was denn? Schaut's euch an. Scheiße. Ja, der zählt. Schau doch einfach mal nach oben. Ja, toll. Oh, da ist ein Stein über mir. Oh, wie schön das aussieht. Wie schön das was so weggegangen ist. Oh, ein Stein, ey. Das ist hübsch, ey. So, ich hab... Scheiße. Also bei mir ist Kohle über mir. Ich glaub, ich kann das gleich nochmal als neu erbauen. Scheiße. Ich find die Kohle nicht so lustig. Ich find die auch nicht so besser. Ich weiß gar nicht, was die alle lachen über die Kohle. Du checkst das einfach. Das sind voll die Höhlenmenschen, oder? Doch, ich check das doch so. Du weißt... Du weißt nicht, was... Du hast gar nicht gesehen, was passiert ist. Das ist... Jetzt... Immer wenn wir jetzt durchmüssen... Müssen wir jetzt immer durchs Wasser. Nein, okay. Wir gehen da nicht mehr durch. Er gewählt auch endlich mal, dass es unsere Seite ist. Ich hab's nicht. Ich leg's schon wieder zurück. Kann ich so speichern? Kann ich so speichern?